hallo liebe leute und herzlich willkommen in Minecraft aber jetzt wird ein ding was ihr nicht in Minecraft wisst ich tue zwei Hasen hier und natürlich Löwensahn ja ihr denkt ihr könnt nur die mit Karotten füttern mit goldene Karotten die gehen jetzt nicht mehr sind die haben muss ich kann ich ja töten ich wollte nicht mehr nur man denkt man kann nicht viel Löwensahn füttern man kann die aber auch mit goldene Karotten füttern und man kann auch noch welche mit Kartoffeln füttern ne nur mit Karotten aber nicht noch füttern und die füttert dich füttert dich die geht nicht so also man kann die mit warte hier die wo ich Karotten die essen dürft und die alleine essen ähm goldene Karotten das denke ich auch hier auch noch und hier Glänzahn hier mit drin also essen das war klar dass wir alle raus rennen die wild rumgerannte Tiere rennen die rein also jetzt jetzt tue ich die wieder noch ein paar Hasen rein ja das war ein Ding das andere Ding kann man das meine wirklich nur mit normalen Karotten füttern nicht mit goldene Karotten und das frage ich mich die ganze Zeit wenn man so eine mit goldene Karotten füttern kann die mit goldene Karotten füttern an die guck mal wie nur die waren aber man die goldene Karotten ja man kann dann aber zerpflanzen das geht dafür muss man aber guck mal guck mal ein blöcke an die gibt's noch nicht auf der Notebook wäre drin ja so ja ja und was er geht in der Sache wann muss ich denken was er geht in der da geht was er wirklich in der da geht rollig weiß ich nicht ob Wasser wirklich hinter da geht so in dem Fall das geht nicht hinter, so wenn die Blöcke gleich weggeschmissen sind und gucken wir mal was wir haben und es kam tatsächlich kein Wasser raus aber Eis geht wohl aber kann kein Wasser bauen man kann wohl die Lava immer weiter verbreitern damit indem man mehrere Hügel baut ob man was einem wirklich hinter da einladen kann nehm Ja... ja dann kommt nur noch fünf dinge die man nicht in der selle kann ja guck dir das nächste video dann auch noch mal an und ja ciao